Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Puddle. In der letzten Folge sind wir auf jeden Fall mal in dem Kapitel Kieserei und sind wir in dem Level Apollo. Ich weiß nicht mehr was, das ist aber... Oh nein, stimmt. Dieser komische Ding da. Okay, jetzt können wir mal überspringen hier. Ja, genau, der hier. Oh nein. Deswegen hab ich gleich mal aufgehört aufzunehmen. Scheiße, okay. Ach stimmt, weil es irgendwie so ein komischer... äh, Ding war. Ah, fuck. Nochmal. Ah, scheiße. Nochmal. Perfekt. Komm. Yes. Nein. Ah. Scheiße. Komm schon. Hier rüber. Nein. Oh. Alter, falter. Was, knapp. Oh. Oh. Alter. lass mich nein ja genau jetzt verloren wie sonst ist das habe ich jetzt verloren so wenn ich verstanden komm schon jetzt toll nein scheiße komm schon so knapp nein auch kaum noch klein hat so ich hasse das level komm schon war klar alter wie ich das ist wie ich dieses level hasse ja nein Nein! Och Mann! Oh, Alter! Wieso ist das schwierig? Vor allem ist ja das erste Level in dem neuen Kapitel. Ah! 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 Und Gas. Erstmal hier bleiben. Geh jetzt! Na los! Ja! Alter! Genau! Ich verstehe es nicht! Ich blick's nicht! Ich blick's nicht! Ja! 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 Ich blick's! es muss jetzt schaffen was ist jetzt weg was ist kaputt ich verstehe es nicht ich war euch zu langsam oder was ich weiß es nicht es war so klar alter das war wieder klar leg mich mal anschauen Mann ey ich hasse das Level ey das gibt es gar nicht es war so klar wow ist er knapp ja komm ey ja komm ey war klar boah ich hasse das Level ich will dass es vorbei ist hier gut zu können hier komm schon und jetzt S Nein, 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 nein. Boah, Alter. Komm kolonisch. Los, 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 los. Los, 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 los. Geh runter jetzt. endlich so langsam geht es aber schnell hier was das 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 behältig und nicht drauf gehen oh nein hey ich verstehe es nicht was ist daran ist kaputt gegangen keine ahnung ich verstehe es einfach nicht das war so klar mal ich blick das level nicht wie geht es da hinten da bricht immer das ding ab scheiße war doch gleich zwar so klar so letztes level ist es so hier kein bock mehr auf das scheiße auf das scheiße komm schon so schwer kann es aber jetzt echt nicht sein ja 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 danke lass mich los dass mir das nein 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 ja nein nein auch leck mir was da kein bock mehr ich blick es nicht naja gut bis zum nächsten mal tschau